Luca Gunti auf dem ZSZ-Blog, die Mannschaft ist angekommen in Zürich. Verschreib uns kurz den Empfang da rein. Ja, das ist unglaublich. Wir haben die besten Fans. Wir wissen, dass es immer geht. Es ist einfach geil. Was ist im Bus abgegangen, in den 1,5 Stunden, in denen wir von Bern auf Zürich unterwegs waren? Über abgegangen ist sicher das richtige Wort. Es ist schon alles abgegangen. Wir sind bis niemals gesessen. Wir waren alle umhergekommen. Wir mussten noch feiern. Die einen hat die Schlittschuhe an, die anderen nicht mehr. Aus welchem Grund hat die einen sie noch an, die anderen schon noch? Ich glaube, ich weiss es auch nicht genau. Ich bin vorher mit der Ausrüstung und der Dusche ein bisschen nass gewesen. Also ich habe sie lieber abgezogen und so. Und jetzt gehen wir noch weiter auf Zürich feiern? Ja, schon klar. Bis zum Spaß und ciao. Die Mannschaft wird geschossen. Mit dem Bus. Und wir kommen auf mich.